Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Newer Super Mario Bros. Wii. Im letzten Part haben wir Bowser besiegt, die Credits angeschaut und sind dann in dieser Spezialwelt gelandet, bei dem es noch mal zehn Level gibt und 30 Star-Coin zu holen. Das erste Level Red Lava und hier verbindet sich wahrscheinlich einmal, oh gut, hier gibt es kein Propeller-Plex, das ist natürlich sehr gut, hier verbindet sich Lava mit Wasser, sehr schön und da unten ist auch die erste Star-Coin, die nehmen wir natürlich gleich mit. Oh, jetzt muss ich da unten durchschwimmen wahrscheinlich, hier oben gibt es nichts drin, ok, nur nicht die Lava berühren, nur nicht die Lava berühren, oh da gibt es sogar einen Stern, für was brauche ich den Stern? Ah, ok, 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 Moment, Moment, Moment. Ich bin zwar, ich bin wieder groß, sehr gut. Und hier gibt es noch mal einen Propeller-Hack drin und wir haben zwei Star-Coins gespeichert. Sehr gut. Eine schöne Welt, eine schöne Welt bis jetzt. Aber wir bekommen ja auch Star-Coins Nummer 3. Ich mag den Propeller-Plex. Sehr gut. Nein, 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 nein. Ui, 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 ui. Gut, da ist das Ziel. Sehr gut. Da holen wir uns gleich mal noch ein Leben ab. Sehr schön. Mario Time, Level 1 geschafft. Red Lava, sehr gut. Alles haben wir. Der Weg zum nächsten Level öffnet sich. Und das ist der Brown Forest. Geht es hier um Farben oder was? Okay. Was bekommen wir hier? Hier könnten wir die Feuerblume mitnehmen. Aber ich würde gerne bei meinem Fliegepilz eigentlich bleiben. Okay, was haben wir hier? Okay, 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 okay. Okay. Okay, erstes Starkein haben wir. Oh Mann, okay, hier müssen wir wahrscheinlich oben rein. Jawohl. Und da sollte es eigentlich... Gibt es keine. Okay, hier gibt es keines Starkein. Am Ende nur ein Leben können wir uns hier holen. Na gut, das nehmen wir aber mit. Aber das sind scheinbar nicht so schwierige Welten. Die sind scheinbar richtig entspannt hier. Okay, ich habe meinen Fliegepilz noch gehabt. Gott sei Dank. Sonst wäre ich dort oben wahrscheinlich nicht reingekommen. So, dritte Starkein ist hier oben. Wunderbar. Die hat sich versteckt. Und wir sind durch. Haben wieder 99 Leben. Und das zweite Level haben wir auch komplett erledigt. Sehr schön. Also wenn das wirklich so weitergeht, dass die Level nicht so schwierig sind, bin ich mit der Spezialfahrt sehr zufrieden, muss ich sagen. Okay, Orange Perry ist 9,3. Und hier kommen wahrscheinlich... Oh Gott. Okay, okay, okay. Okay. Naja, vielleicht hätte ich hier sogar meinen... Weil hier haben wir aber auch nicht so viel Luft jetzt hier, ne? Okay, warte mal. Wir müssen hier... Oh, oder müssen wir hier rein? Bin mir nicht so sicher. Okay, 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 okay. Moment. Eigentlich hätte ich doch da reingemussten, oder? Wenn jetzt hier schönes Ziel kommt... Hier ist echt nichts. Okay. Aber wo ist die? Ah, dort unten ist die letzte Starkein. Ah, da komme ich von hier drüben nicht rein. Okay. Muss ich wahrscheinlich von der anderen Seite dort rein. Dann muss ich hier runter. Wenn wir mal klicken, ist das hier die... Ist das hier die erste? Okay, das ist die erste. Sehr gut. Ah, okay, die... Jetzt habe ich verkackt. Okay, okay, schnell hier durch. Ah, hier kriege ich meinen Hammer wieder. Ah, hier gibt es nur ein paar Münzen. Da ist mein Hammer aber wieder weg. Okay. Okay, wie komme ich hier rein? Okay. Sehr gut. Starkein Nummer 2 haben wir auch. Ähm, und wie soll ich jetzt dort runterkommen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay, okay. Boah, das war... Okay. Das war... Das war... Das war gemein. Aber hat alles geklappt und wir sind auch durch dieses Level durchgekommen. Ich weiß nicht, ob ich hier zwei Parts mache, dass wir 5-5 machen von den Leveln her. Mal sehen, wie lange sie noch gehen. Wir haben ja jetzt eigentlich schon ganz gut geschafft. Ein Drittel haben wir, würde ich sagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei... Ja, wir gucken mal weiter. Wir kommen jetzt zum Yellow Beach. Okay, Yellow Beach. Und wir bekommen eine Feuerblume. Sehr schön. Oh, ich denke mal, wir werden es hier mit diesen... Fetten Fischen zu tun bekommen. Jawohl. Na? Sturz mir nicht ab hier. Ah, nein. Ich gebe mein Item wieder. Sehr gut. Die Fische sind nämlich... Ah, ich... Ich muss hier eigentlich... Ich glaube, hier oben gibt es eine neue Feuerblume drin. Nein, gibt es nicht. Da habe ich nicht mal den Fisch abgeschüttet. Wuaah! Und da ist es passiert. Wir sind gestorben. Aber das ist nicht so schlimm. Wir holen uns eine neue Feuerblume. Beziehungsweise... Ich hätte mir auch einen Propellerpilz holen können. Wäre vielleicht einfacher gewesen. So, warte mal. Hier kommen nur... Ah, eines da. Keinen habe ich. Und der Fisch ist blatt. Warte mal, den kann ich nicht blatt machen. Ah, und da. Huah! Hoch muss ich wahrscheinlich. Okay, okay, okay. Moment, Moment, Moment. Gibt es ja gar nicht. Da war die andere Starcoin. Nein. Okay, ich mache es jetzt ganz anders. Ich nehme mein Propellerhead. Und dann gehen wir weiter hier in die Welt. Dann kann ich nämlich hier drüber fliegen. Okay, Moment. Schön aufpassen hier. Okay, Moment. Schön aufpassen hier. Okay, wir haben wir. Es fehlt noch Starcoin Nummer 3. Und die ist hier oben. Und da ist schon das Ziel. Da können wir uns unser Leben zurückholen. Wunderbar. Mit den Propellerpilz. Alles kein Problem. Okay. Level Clear. Ich glaube, wir haben jetzt schon 5 Level, oder? Müssen wir schauen, wie viel es noch gibt. 1, 2, 3, 4. Nee, eins müssen wir auf jeden Fall noch machen. Und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Level übrig. Genau. 9, 5. Most Deep Greens. Eisblume. Okay, Moment. Warum ist hier eigentlich so ein hässlicher Summe? Okay, warte mal. Dort unten ist Starcoin Nummer 1. Wo komme ich denn da hin? Oh, die ist, die ist ja richtig gemein. Ähm. Die ist richtig gemein. Die erste. Da komme ich doch eigentlich nur wirklich mit einem Propellerpilz hin, oder? Eigentlich komme ich da... Ah, okay. Hätte man wahrscheinlich, wenn man da runter gegangen wäre, hätte man wahrscheinlich... Okay, Moment. Ich brauche wahrscheinlich... ...den Kupo hier. Damit ich hier reinkomme und die zweite Starcoin holen kann. Wäre ja nicht um... Es sind so ein paar kleine... Ähm... Moment. Moment. Das kann es nicht gewesen sein hier eigentlich. Hä? Oh, ich kann mich daran festhalten. Das ist natürlich cool. Aber hier gibt es auch keine Starcoin. Hier gibt es keine Starcoin. Ein paar kleine Grafen... Ah, doch. Okay. So, und wie komme ich jetzt hier raus? So gar nicht. Muss ich echt zurück? Muss ich wirklich zurückgehen? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich komme hier... Okay, ich muss hier oben raus. Ich weiß gar nicht. Hatten wir die Halbzeitflagge schon erreicht? Ne, ich glaube nicht, ne? Da ist die Halbzeitflagge. Okay. So, die Frage ist... Komm ich da unten rein? Ach, da ist ein Rohr. Okay, Eisblume habe ich. Okay, Eisblume habe ich. Wie komme ich da runter? Hm... Natürlich würde ich... Ich nehme mal eine Feuerblume. Da kriege ich nämlich die Piranha Pflanzen weg. Da bekomme ich die Piranha Pflanzen weg. Moose Deep Greens. Jawoll. So, jetzt habe ich mich natürlich nicht dort oben treffen lassen. Ich sehe nicht... Ich sehe nicht gerade was. So, wir müssen mit dem Rad hier rüber. So, jetzt müssen wir mit dem Rad hier runter, damit wir die Starkrein holen können. So. So. Ne, ich muss noch weiter rüber. So. Sehr gut. Wo? Ich würde mich hier rüber... ohne dass ich hier... getroffen werde... getroffen werde. Oh Gott. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Okay. Oh sieh. Waaaioiä. Da, Amosil, jawoll. sehr gut ich würde sagen wir haben fünf level gespielt kein leben aber damit wir noch mehr spaß hat und noch ein part bekommt würde ich sagen machen wir die letzten fünf level in einem extra part jeden fall haben wir bis jetzt hier alles gefunden alles geschafft und das nächste ist eine unterwasserwelt oder eine eiswelt so 9 6 7 8 9 10 ja ich würde sagen kommen wir machen hier im nächsten part weiter dann machen wir die letzten level und dann sind wir mit diesem wunderschönen spiel durch ich hoffe es hat euch gefallen daumen nach oben macht's gut euer basti tschüss